Super, was ich euch im letzten Jahr vorgestellt habe, das ist ein kleines Pflanzgefäß mit einem grünen Gel drin und da kann man, wie ihr seht, kleine Samen anpflanzen, die sich dann zu kleinen Pflänzchen entwickeln. Ich wollte vor allen Dingen mal herausfinden, ob das Ganze nur kurzfristig funktioniert oder ob das wirklich auch länger funktioniert. Das heißt, schimmelt es irgendwann da drin, werden die Pflanzen schlecht in Anführungszeichen bzw. fängt da irgendwas an zu faulen. In der Anleitung hatte ich gesehen, da steht, dass es anfangen kann zu schimmeln, und zwar wegen der Feuchtigkeit, die sich dort drin entwickelt. So, und ihr seht im Hintergrund, ich habe daran nichts weiter verändert, ich habe es damals eingepflanzt, das Video verlinke ich euch hier mal irgendwo in einer Ecke, dann könnt ihr nochmal darauf gucken, wie es beim Einpflanzen aussah und wie es jetzt aussieht. Das, was jetzt vor allen Dingen aussieht.